Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es ist Deadline Day in der deutschen Fußball-Bundesliga und auch wir Schalker haben nochmal zugeschlagen. Es gibt den sechsten Neuzugang mit Eda Ballanta. Was sich gestern schon angekündigt hat, ist eben jetzt auch heute Mittag offiziell geworden. Schalke hat sich einen neuen Sechser geholt. Eda Ballanta wechselt für den Rest der Saison zu uns und das auf Leihbasis. Wie Schalker leihen den 29-Jährigen vom FC Brügge aus, für den der defensive Mittelfeldspieler zuletzt in der Belgischen Liga auflief, über die weiteren Details des Wechsels vereinbarten die Parteien stillschweigen. Und da kann man natürlich jetzt spekulieren, inwiefern auch Ballanta eine Lösung für die nächste Saison sein könnte. Gestern hat man auf jeden Fall gehört, dass es womöglich keine Kaufoptionen gibt. Ballanta hat in Brücke noch einen Vertrag bis 2024. Also könnte es auch durchaus sein, dass man im Sommer nochmal neu verhandeln wird bei einem Marktwett von 3 Millionen Euro. Aber er vor allen Dingen eben auch jetzt eine Sofortlösung für die Rückrunde sein soll. Und in die Richtung gehen auch die Aussagen der beteiligten Knebel, Reis und auch von Ballanta selber. Durch die Verpflichtung von Eder bekommen wir die notwendige Flexibilität, internationale Erfahrung und physische Präsenz, die unserem Kader sicher gut tun wird und dem Trainer weitere Optionen für sein Spiel gibt, erklärt unser Sportvorstand Peter Knebel. Unser Cheftrainer Thomas Reis hat sich natürlich auch zu unserem Neuzugang geäußert. Wir bekommen einen physisch robusten und zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler, der sich durch seine körperbetonte Spielweise auszeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine Art und Weise, wie er spielt, den Druck auf unsere Abwehr reduzieren kann und wir davon profitieren werden. Ballanta selber freut sich auf jeden Fall über den Wechsel zu uns Schalkern. Ich bin sehr froh darüber, dass er Transfer zustande gekommen ist und kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen kennenzulernen. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, daher werde ich alles dafür tun, damit wir die Klasse halten. Eder Ballanta spielt auch schon einige Jahre in Europa, stammt gebürtig aus Kolumbien und kam dann über den Verein River Plate in Argentinien 2016 zum FC Basel, ging dann drei Jahre später zum FC Brügge und hat also nun mit Deutschland sein drittes Land in Europa auch im Gepäck, zu dem er wechseln wird. Also auch ein Spieler, der jetzt nicht schon 100 Vereine durchjahrt, sondern auch sehr, sehr gerne mal an einem Standort bleibt und eben nun sich ganz bewusst zu dem Schritt für uns zum FC Schalke 04 entschieden hat. Eder Ballanta ist natürlich jetzt erstmal ein Spieler, der vielleicht nicht in dieses Raster passt, was Knebel mal beschrieben hat, mit Spielern ausleihen, wo man einen gewissen Mehrwert auch durch mögliche Kaufoptionen hat. Das ist sicherlich nicht der Fall und ich denke mal, deswegen darf auch als Fan die Frage erlaubt sein, warum wollte man einen Eder Ballanta haben? Natürlich kann man da jetzt auf jeden Fall ein bisschen spekulieren, aber es macht sicherlich auch durchaus Sinn, dass man nochmal in der Defensive nachgelegt hat, denn es ist durchaus denkbar, dass die Muskelverletzung von Niklas Tauer nochmal einen Ticken schwerer ausfällt, als vielleicht befürchtet, sprich er noch die kommenden Wochen ausfällt und was natürlich auch sehr interessant ist, Ballanta kann eben auch genauso gut in der Innenverteidigung spielen, hat sogar, wenn man noch seine komplette Karriere blickt, einen Ticken öfter in der IV gespielt, als auf der 6er Position und würde somit auch eine mögliche Alternative zu Maya Yoshida darstellen. Ich denke mal, auch deswegen macht es ihn so interessant und Ballanta ist auf jeden Fall ein Spielertypen, den wir gebrauchen können. Er ist ein Kampfschwein und wir haben natürlich auch generell in der Bundesliga durchaus Probleme, was Zweikampfquoten und so weiter angeht. Also Ballanta hat vor allen Dingen auch in Belgien so ein bisschen den Ruf als Pitbull, also er ist bekannt für Kampf, Biss und eben auch Karten und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spielertyp, der uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Was ich auch immer ein bisschen schade finde bei diesem ganzen Transfer ist halt, dass wir genau diesen Spielertypen Ballanta schon viel, viel früher hätten gebrauchen können, weil auch ich habe vor der Winterpause gesagt, ich finde es okay, wenn du einen Florian Flick verleihst, damit er Spielpraxis bekommt, damit du dafür eben vielleicht für die Kaderposition einen Spielertypen holst, der nochmal ein bisschen mehr Power, mehr Zweikampfstärke, mehr Bissigkeit mitbringt. Dann kam eben Niklas Tauer, ein Spielertyp, der Flick schon eher ähnelt, auch wenn er vielleicht nochmal einen Ticken defensiver stärker ist, aber jetzt natürlich auch ausgefallen ist. Also hätte man vielleicht statt Flick Ballanta direkt geholt für diese halbjährige Laie, wären vielleicht doch viele Fans nochmal einen Ticken zufriedener gewesen, weil ich glaube wirklich, dass uns Eder Ballanta weiterhelfen kann, weil er einfach nur unglaubliche Physis hat. Der hat Bock auf Zweikämpfe, der hat Bock aggressiv reinzugehen, Bälle zu erobern, ist aber auch jemand, der im Ball durchaus gut ist, auch eine gute Geschwindigkeit mitbringt. Also schon ein super interessantes Gesamtpaket, wenn man einen Sechser haben möchte. Und wenn man da mal auf unsere Taktik so schaut, kann das glaube ich auch schon ganz gut passen. Sollte man vielleicht auch einen Tom Kraus wieder einen Ticken mehr vorziehen, der bislang unter Reiß auch oftmals alleine als Sechser gespielt hat oder eben auch ein Kral, dann kann das sicherlich schon ganz gut sein, mit Ballanta eine Option zu haben, der deutlich defensiv stärker ist, ist übrigens Linksfuß und ist sicherlich damit auch ein Spielertyp, der auch wirklich unserem Team Flexibilität geben kann und nochmal ganz andere Komponenten mit reinbringt. Wie gesagt, ich hätte mir dann gewünscht, dass man das vielleicht schon etwas früher hätte machen können, vielleicht auch sogar statt Niklas Tauer, aber dass man eben jetzt nochmal die Option hatte, mit Ballanta zuzuschlagen, finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Wie gesagt, es ist jetzt kein Transfer, der irgendwie einen Transfermehrwert hat, was den Marktwert angeht. Wir leihen ihn erstmal wirklich nur aus, womöglich ohne Kaufoption. Ist natürlich auch mit seinen 29 Jahren jetzt niemand, der vielleicht nochmal diesen Vega-Wiederverkaufswert hat. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch relativ günstig eine Lösung gefunden für die Defensivzentrale, sowohl für die Sechserposition als auch für die Innenverteidigung. Und da finde ich den Spielertypen, Eder Ballanta, auf jeden Fall sehr interessant. Bei Brügge hat er ja letztlich nicht mehr die allzu große Rolle gespielt. Muss man auf jeden Fall mal schauen, wie schnell er dann natürlich auch die Wettkampfpraxis hat, um uns direkt weiterhelfen zu können. Natürlich muss das dann auch zeitnah erfolgen, weil er natürlich auch eine Sofortverstärkung sein soll. Und ich bin sehr gespannt, wie er dann bei uns funktionieren wird. Übrigens nochmal, wen es interessiert, Rückennummer ist die Nummer 33. Und jetzt interessiert mich vor allen Dingen auch mal eure Meinung zu dem Transfer zu Eder Ballanta. Was denkt ihr, ist das ein guter Deal für Schalke? Hätte man vielleicht nochmal was anderes machen müssen? Denn Peter Knebel hat ja auch am Wochenende angekündigt, man schaut sich durchaus noch um auf den Markt. Es wurde dann darüber spekuliert, dass möglicherweise eher für den Offensivbereich noch jemand geholt wird, als sozusagen Nachfolger für Larson oder eben auch Molay. Ich denke mal, das ist damit auf jeden Fall vom Tisch, weil bedingt eben durch Ballanta kannst du auch, je nach System im 4-3-3, sogar vor Ballanta mit Kral und Krau spielen. Plus ein Rodrigo Salazar ist zurück, Drexta Latza gibt es auch noch. Ich denke mal, damit sind wir jetzt auch im zentralen Mittelfeld fertig aufgestellt. Wenn man das so sagen möchte, ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwie noch was passieren wird. Ich glaube auch generell, dass damit unsere Transferaktivitäten für den Winter abgeschlossen sind. Sechster Neuzugang, sechster Neuzugang per Laie, aber eben und was, das macht es wirklich gut. Ein sehr, sehr interessanter Spielertyp, den wir so wirklich gar nicht im Kader haben. Und ich freue mich und sage deswegen auch sehr, sehr gerne Glück auf und herzlich willkommen Eda Ballanta auf Schalke. Eure Meinung zum Transfer, zum Spieler, mal gerne in die Kommentare. Was denkt ihr, kann er uns weiterhelfen? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.